Oh mein Gott, der Typ. Ack, welcher Klauen hat es gewagt, ihn in meinen Phobosbohrer einzudringen? Ist ihm nicht klar, dass er mit mir, General Krog, zu tun hat? Das kann nur ein Agent von Zoom sein. Boah, das macht mich richtig wütend. Sobald wir diesen Eindringen geschnappt haben, werden wir ihn mit ihm in den Boden wischen. Okay. Okay, der nächste... Okay. Kamerob und Stolos kann man hier kriegen. Oh Gott, ne. So, okay. Was hat der in euch? Ach, er macht auch Steine. Okay, aber... Okay, hier sind sehr viele Höhen-Pogmon, muss ich zugeben. So. Okay. Okay. Dito wollte nichts machen. Ach, schade, Dito. Warum? Oh Gott, ne. Irgendwie hat er zu viel, dass er irgendwas kaputt macht hier. Okay. Okay. Noch massig... Packen wir uns dazwischen. So. Fügen wir die noch dazwischen. So, perfekt. Okay. Nächste kommt Zubats. Okay. So, Zubats. Ich brauche noch massig Zubats von euch. Diesmal sind Zubats sehr praktisch. So. Schmeißen wir noch den Onyx dazwischen. So. So. Ein paar Kleinsteine. So. Hier kommen noch mal ein paar... Okay. Zack. So. Zack. So. Okay. Den schmeißen wir da weg. So. So. Okay. Jetzt sehe ich mal wieder was. So. Jetzt habe ich hier noch massig Kleinsteine. Auf jeden Fall muss ich hier noch... Ah, Titus. Oh Gott. Na jetzt... Jetzt muss ich mal hier mal langsam ranhauen. Ranhauen. So. Okay. Mach mal was. Mach mal was, bitte. Ich kann hier nicht angehen, dass ich hier so... So. Okay. Okay. Jetzt haben wir ein paar Onyxe, die ich noch unten bringe muss. Oh Gott. Und dann wechselt der auch noch hier die ganzen Sachen hier. Ich sehe hier nichts. So. Okay. Onyx. Mach mal was. Onyx. Los, go, go, go. Dito. Gib mal ein bisschen Gas hier. Kann ich hier angehen, dass hier noch so viel noch offen bleibt. Gut. Okay. So. Jetzt will ich auf jeden Fall erstmal ein paar Zubats nach unten bringen. Damit ich das auch hier alles gebacken kriege. So. Ähm. Ein paar Kleinsteine brauche ich auf jeden Fall auch. So. Dann mache ich mir erstmal so. Okay. Jetzt habe ich noch ein Problem, dass... Oh Gott. Nein, danke, dass du mir jetzt alles versaust. Ach, scheiße. Okay. Nochmal spielen natürlich. Ich will in diesem Part das noch hinkriegen, dass ich hier das durchkriege. Auf jeden Fall. So. Dann machen wir mal gleich mal am Anfang. Anfang. So. Mit einem schönen Start. So. Zack. Zack, zack. So. Okay. Kleinsteine mal ein bisschen runter. So. Zack, zack, zack. Tot. Okay. Passt. Ähm. Das ist... Ach Gott. Ich muss mich schneller hier bewegen. Ansonsten wird das hier nichts. Dass ich das hier nicht gebacken kriege. Ich muss die Pokémon auch schneller abarbeiten hier. Das kann ja nicht angehen, dass ich hier so lange für die ganzen Pokémon brauche. So. Zack, zack. Weg. Okay. Ich muss mich einfach nur konzentrieren, dass ich das irgendwie hinkriege. Weil das hier ist schon ein bisschen schwerer als sonst was. Bin ich zumindest am meinen. So. Okay. So. Weg mit dem Scheiß. Oh. Da kommt noch so ein Kamerub. Dazwischen. Okay. So. Okay. Dito? Machst gleich was? So, Dito. Deine Aufgabe ist gleich dran. So. 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 Dito, mach deine Aufgabe. Perfekt. So. Kleinstein. So. Ohnix habe ich hier. So. Zack. So. Als nächstes muss ich hier irgendwie Kleinstein zusammenfügen. So. Kleinstein habe ich hier. Zack. Zack. Ungeschafft. So. Okay. So. Wieso willst du da nichts machen? Verstehe ich gerade nicht hier. Hä? WTF? Ja. Ja, nochmal spielen. Das kann ja nicht angehen hier. Möglicher Preis. Okay. So, nochmal. Okay. Ohnix haben wir hier. Kleinstein haben wir auch massig da. Okay. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Hier ist auch noch ein Kamerub. Aber wie sagt es das? Ah. Das Kamerub ist ein bisschen schwerer irgendwie hinzukriegen. So. Okay. Auf jeden Fall haben wir hier noch massig. Dit. Scheiße. Hier fehlen uns auf jeden Fall ein paar Ditos. Bin ich zumindest der Meinung. Okay. Okay. Hier haben wir noch massig. Ja, machen wir alles unsichtbar. Ich sehe hier gar nichts gerade. So. Okay. So. So. Zubat. Deinen Job. Bitte. Danke. Okay. So. Die zusammenfügen. Okay. Kamerub hat sich verpisst. Ach man. So dumm. Ah egal. So. Zack. 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 So. Nach unten. Zack. So. Ich will auf jeden Fall erstmal den Kleinstell mitnehmen. So. Okay. Okay. Jetzt haben wir hier noch massig. Ja, Kleinstell muss ich da. Ah ja. Ich sehe hier gerade wieder nichts. Das ist immer wieder so typisch. Ah gar nicht. Wenn man was sehen will, will es auch alles einfacher sein. Aber das ist ja gerade die Schwierigkeit hier dran. Das ist hier alles. So. Du nimmst dich mir auch noch mit. Auf jeden Fall Dito. Räum mal ein bisschen auf hier. Kann ich angehen hier. So Dito. Dein Job ist dran. Gott. Weg mit dem Müll. Ich habe noch massig vor mir. Und das ist das Problem gerade hier. So. Dito. Komm mal mal nach unten. Ich muss nämlich die ganzen Steine hier loswerden. Aber du faszinierst ja mit irgendwas anderem. Das ist das Doofe gerade. So. Okay. So. Massig Zubats. So. Mach mal was. Kleinstein. Ah. Schon wieder. Das ist das Problem gerade hier. Was ich hier habe. So. Onyx. Muss ich auf jeden Fall. Okay. Zwar habe ich keinen Onyx zusammengefügt. Aber. Das passt schon hier irgendwie. Zack. Onyx. Und zack. Onyx. Ich muss wieder was sehen. Ah. So nach oben. Dito. Deine Aufgabe. Beeil dich. Beeil dich Dito. Mach was. Dito. Gib Gas. Danke. Okay. Dito. Danke, dass du so viel gemacht hast. Okay. Ah. Mein Gott. Das ist hier echt schwer. Das alles hier zu kriegen. Okay. Gib Gas mal ein bisschen. So. So. Als nächstes Punkt muss ich die Onyx hier hier. irgendwie richtig zusammenfühlen. So. Ah. Gar nicht. Ah. Nicht schon wieder. Okay. Ja. Nochmal. Kann ich hier nicht angehen. Okay. Der Part wird heute zwei Parts. Der Part wird dir diesen Boss beinhalten. Okay. Sehr. Okay. Der Boss ist ja schon ein bisschen happiger. Ja. Bin ich zumindest in der Meinung. So. Zack. Und weg mit den Scheiß. Okay. Es ist nur noch ein Pokémon da. Okay. So. Okay. So. Konzentrier dich mal. Ja. Ja. Go. 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 Mehr konzentrieren. So. Weg mit den Scheiß. Dahin. 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 Und. So. So. Oh nix. Ne. Erstmal muss ich die Zuwachs zusammenfügen. So. Zack. 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 Okay. Perfekt. So. Jetzt sehe ich mal wieder was. Kann die Onyx jetzt zusammenfügen. Warum hat er den einen Onyx nicht mitgenommen? Verstehe ich nicht. Egal. Willst du schon irgendwie klappen. So. Als nächstes haben wir einen massig Dictus. Okay. So. Zack. Dictus. Passt. Und. So. So. Hier haben wir noch massig. Dictus. Okay. So. Dictus. Deine Aufgabe. So. Zack. Dictus. Nimm mal ein paar Sachen mit. Ist gut. So. Hier haben wir noch massig. Oh Gott. Da sind schon wieder so viele Dictus. Mein Gott. Dann halten die ganzen Dictus hier auf. Zack. Zack. Okay. Da haben wir noch. So. Okay. Ah. Natürlich sehe ich jetzt schon wieder nichts. Okay. Aber ich kann hier noch was mit den Kleinstern reißen. Das ist das Gute. So. Okay. Als nächstes muss ich mit den Kleinstern noch ein bisschen schneller hier arbeiten. So. Nach oben. Dann haben wir diese Sachen schon mal weg. Kleinstein. Deine Aufgabe bitte. So. Als nächstes. Ah. Nein. Da oben. Ha. So. Kleinstein brauche ich auf jeden Fall. So. Mach was. Dictus. Mach was. Dictus. Okay. Okay. Jetzt auf einmal klappt alles. Gut. Okay. So. So. Mastik. Ah. Ja. Oder oben funktioniert keine Links. Das ist ja wieder klar. Ja. Ich hab mir ja nichts anderes übrig. Ich will ja die Party noch schaffen. Okay. So. So. Also geht. Na ja. Fängt gleich viel an mit dieser Musik. Toll. Na Mist. Dictus hab ich noch nicht mehr hingekriegt. Aber egal. Passt schon, dass wir es irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall, dass wir. Jetzt mal hier Mastik wieder Onyx. Wegpacken. So. Weg mit dem Scheiß. So gut. Dictus geht dann auch weg. Okay. Das Nächste kommt dann. So. Weg mit dem Scheiß. So. Nochmal weg. Ich seh nämlich jetzt gerade wieder nix. Aber das hackt gerade ein bisschen wieder. Okay. Gut. Den Fünfer hab ich hier. Gut. So. So. Weg mit dem Scheiß. Dass wir das auch alles hier wegkriegen. So. Dictus. Deine Aufgabe. Ich muss mich einfach unten konzentrieren. Dass ich das unten zusammenfige. Und nicht da oben. Ah. Ah scheiße. Da hab ich gerade wieder was total gefehlt. Okay. Zack. Ja. Wo haben wir noch einen Onyx. Da oben. Okay. Egal. Weg mit dem Scheiß bitte. Danke. Okay. Passt. So. Schmaßen wir das Ding da noch dazwischen. Zack. Onyx. 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 Ich krieg genügend Onyx. Ah. Gut. Hat sich erledigt. So. Okay. Passt. Ähm. Dictus. Dictus brauch ich. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal zusammenfügen. Okay. Passt. So. 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 Super. Okay. Nach oben. Weg mit dem Scheiß. So. Okay. Kleinen Stein kommt dazwischen schnell. Dann haben wir noch hier. Ah. Okay. Darf ich was sch... Ich muss hier schneller arbeiten. Mann. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Ich darf ja hier nur mich... Okay. Dann schmeißen wir das Ding einfach runter. Dazwischen. Okay. So Dito. Deine Aufgabe. Weg mit dem Scheiß. So. 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 Weg mit dem Scheiß. Okay. So. So Dito. Zack. Onyx. Kommt's auch noch dazu? Ach. Wieso hat der Onyx noch nicht mitgenommen? Okay. Weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Scheiß. Zack. 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 So. So. Perfekt. So. Als nächstes brauche ich noch... ...massige Kleinsteins hier unten. Mann. Hör auf das... ...hier mal mir die Dinger wieder hoch zu schlagen. Kann ja gar nicht angehen hier. So. So. Weg mit dem Scheiß. Dito. Nimm mal irgendwas mit. Ah. Du darfst mehr mitnehmen. Anstatt... Okay. Jetzt klappt das auch alles besser. So. Dito. Deine Aufgabe. Jetzt ist es gleich sein... ...diese ganzen Steine hier... ...irgendwie wegzukriegen. So. Letzte Linken-Chance. Okay. Und... Boom. Geschafft. Perfekt. Den, 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 den. Juhu. Oh. Sogar eine Medaille hier. Cool. Ah. Ah. Die gesamten Pokémon sind alle verschwunden. Wir sind... Wir, die Generelle, haben uns die Mühe gemacht, alle Pokémon zu stehen. Wir handelten auf Befehl von Baron Phobos. Wir sollten uns nicht zum Fuß des Vulkans bringen. Aber alle unsere Benühungen waren wegen dir umsonst. Ah. Uns bleibt keine Wahl. Zeitweiliger taktischer Rückzug. Wir haben ja schon drei von fünf. Und dort kriegen wir neue Basen, die wir finden. Oh. Und ein... Und neues Tutorial. Aber das erst im nächsten Part. Also bis dann, euer DidiPyoshi. Und wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Link. Bis dann und schau.